moin liebe youtuber ich möchte euch heute mal die limited collectors edition im media book 4 vorstellen hier haben wir erst mal einen kleinen beipack zettel hier haben wir die deutsche gekürzte kino fassung und hier haben wir noch so was das ist ein sehr hochwertiges media book mit richtig dicken blättern hier haben wir die ganze ein cooles bild drin so 1234 hier haben wir noch ein bild vom regisseur drin denke ich wo mal dass der das ist hier ist noch richtig die geile szene mit dem typen der die ganzen frauen vergewaltigt erfüllt was sie fühlen das finde ich so cool die szene und hier haben wir die bonus desk das backup cover finde ich auch richtig cool hier haben wir dann noch das dass